So, ähm, ich muss nur drei Kopfschüsse erzählen und Kugler machen. Hey, yeah, yeah. Da. Und zwar ganz genau da. Nein. Da. Ja, ich vergesse immer, dass es die andere Maustaste hier ist mit hin- und herschieben damit. Hast du gerade zwei Level gemacht in der Runde? Ja. Okay. Ich habe meinen XP-Bussteil auf einer Map ausgenutzt tatsächlich. Ja, wenn man es ganz genau nimmt, habe ich eineinhalb Level gemacht. Weil ich war kurz vor Level 61, als ich gestartet bin und jetzt bin ich kurz noch 62. Ja, vor allem. Ich bin 74. Das ist gerade mal. Welche Woche? Zweiter. Ja, ich weiß, dass wir beide auch einfach eskaliert haben. Ja, es macht halt... Die Maps machen das halt. Tatsächlich, selbst wenn es mittlerweile so eine Map gäbe, bei der ich ein Level pro 5 Minuten mache, in dem ich nur rumstehe. Ich mach die nicht. Die klingt ja auch so. Die Level. Ja, wo bist du denn? Guck dir mal mein geiles Team. Das ist zwar mir. Der bewegt sich auch, wenn ich mich bewege. Ich weiß, dass du noch einmal deine Momente spielst. Ja, ich weiß. Du wirst erstmal Leute dafür finden. Da müsste man tatsächlich mal mit Kedo quatschen. Der hat genug Leute, die das spielen. Und das würde ich dann tatsächlich aus dem Streamen. Jupp, ich flieg zum Kopf. Jo. Ja. 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 Wir müssten halt die zwei Aufgaben in einer Runde erledigen. Wer weiß, wann wir wieder an einen Kugler kommen. Ja. Na gut, wie ich mich kenne, du kriegst sie wieder hin und ich krieg nur die Hälfte hin. Wie bei dem anderen. Ja, mit kann alles einfach. Einfach da reingehen. Und dann so einen Stein suchen. Ja eben. Du findest einen oder ich finde einen und lass dich vor. Und dann finde ich keinen mehr. Steine findest du eigentlich immer an höher gelegenen Stellen. Oh scheiße Schatz. Nein. Boah, das schaff ich nicht mal bis zu hoch. Das ist besser. Oh scheiße. Was hast du gemacht? Oder komm ich noch in den Windkanal? Und wir können das schaffen. Ich schaff's in dem Windkanal. Und ich hab zwei Kugeln. Ich bin in der Afterbomb. So, das haben wir. Und da oben ist so ein Stein. Ja, beide Aufgaben erledigt. Ähm. Danke. Ich bin noch nicht im Windkanal. Komm mal her Wolf. Komm. Danke. Mit dir kann ich nämlich die Kopfschussaufgabe machen. Ich ne. Schrotze finde. Aber hier war schon Ena. Scheiße. Uah. Der rennt sogar hier rum. Oh. Nur noch ne Zweischusspump. Oh. 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 Nur noch ne Zweischusspump. Tja. Bei mir in der Ferne ein Auto. Bei mir in der Ferne ein Auto. Wenn du es nicht hinkriegst. Wenn du es nicht hinkriegst. An diesen Dingern einfach reinziehen. Ach komm. Ich bin ne Zweischusspump. Da hat man schon mal ne Wufier und dann findet man die Waffe nicht. Achso. Hier ist so ein Stein. Falls du den noch brauchst. Ja, ich bau nur einen. Und ja, du hattest recht, ich finde die Steine, du nicht. Upsakiste. Dabei doch im Arsch der Welt. Goldene MP. Ist zwar eine graue, nehme ich aber mit. Scheiße, ich kriege den Stein nicht umgerissen. Du musst mit Speed ran. Am besten mit dem Saugnapf festhalten. Ja, mache ich die ganze Zeit. Jetzt nehmen wir einen anderen. Reicht mich aus. Jetzt. Okay, eine Aufgabe erledigt. Oh, das ist mein Waffen. Okay. 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 Ich hab den die ganze Zeit runtergeschossen. Habst du Heile Zeug dabei? Irgendwelche Bären, ja. Willst du mich nicht wiederbeleben? Ja, will ich, aber ich überleg den Sturm nicht. Sturm. Hab ich ja eben gefragt. Frissen die alle auf, die regenerieren nach und nach. Ich brauch nämlich auch noch welche. Glaubt denn mir noch die Biggies einer? G2 hatte ich vorher, alles gut. Jetzt hast du die Bären nicht aufsammeln können, oder? Nee. Scheiße. Aber ich hab volles Leben. Hast du dein Zeug? Ja, das konnte ich noch sammeln zum Glück. Vor uns? Ja, dann schieß. Ich hab ein bisschen nachgedacht, oder? Der wird hier hin! Der wird hier hin! Der wird hier hin! Der wird hier hin! Oh hey! bei der tanke sehe ich keinen, ok. ist aber gelootet irgendwo da rechts wird geschossen das wird lustig ich hab gar nichts mehr, Schild, Heilzeug, nichts lila Sturmgewehr, mit dem ich mich umgehen kann und naja aber ein paar Aufgaben da links ist sehr viel Loot das bricht vielleicht immer der neue Waffe Achtung Bettebuch die hab ich so gar nicht gesehen ja die waren im Busch ja die haben gewartet bis einer kommt und das rootet ja halt einfach irgendwelche Camper ne das mag ich überhaupt nie ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020